Servus Leute! So, mal just for fun video. Wie man im Titel natürlich bemerken kann, geht es diesmal nicht um ein Feuerwerkskörper, sondern um ein Bier. Und zwar von Feuerwerkshändler. Das mir passt echt immer noch irgendwie gut dazu. Und da war das Bier. Was ich hätte, dass ich gern Bierte. Wie man sieht, ist es für Aktivier. Das ist die, wie man da lesen kann, Glasmantelgranate Kaliber 60. Ist ein heißes Bier. 0,33er Flaschen. Im Karton sind, glaube ich, 20 oder 24 rein. Aber nichtsdestotrotz. Posten wir mal. Saufen. Sehr gut, sehr gut. In der Warte. Machst du nicht die Gattete? Ah. Immer wieder geht die dir ab. Ja, ja. Und das noch bei der Bierverkostung. Nein, ist echt ein gutes Bier. Danke an Aktivier. Danke an Aktivier. Danke an Gerhard. Und zum Teil. Saufen. Aber das war's schon gewesen. Just a fine video. Also. In der Warte. Bis zum nächsten Mal. Und. Servus.